Dies ist kein Test. Hier spricht das GTA-Notfallübertragungssystem. Wir verkünden den Beginn der diesjährigen Purge, der Säuberung, die offiziell von der US-Regierung zugelassen wurde. Waffen der Klasse Sturmgewehr und Niedriger sind für den Einsatz während der Säuberung erlaubt. Alle anderen Waffen sind von der Purge ausgeschlossen. Der Wasser- bzw. Luftraum ist strengstens verboten und darf nicht betreten werden. Sobald die Sirene ertönt, sind sämtliche Verbrechen einschließlich Mord für eine Stunde erlaubt. Der letzte Überlebende ist der Gewinner. Möge Gott mit ihnen sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017